Diesen Beitrag widmet Ihnen Taxi Gombotz. Wir, die Gombotz Taxi- und Mietwagen KG, sind seit dem Jahr 2010 mit unserem Taxis für unsere Kunden Tag und Nacht im Einsatz. Wir bieten Krankentransporte sowie Kleinbusfahrten an. Unsere Standorte sind Kapfenberg, Bruckan-der-Mur, Haflenz und Edmestl. Und Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 038 62 24 99. Von Pogusch bis Sevisen-Turnau genießen. Dieser Slogan stand für etwas Besonderes. Schwerpunkt eines Musikertreffens ist natürlich die Musik. Beim Musikertreffen in Turnau stand vor allem die Fahnenübergabe von Bruck an Turnau im Zentrum dieses Treffens. Fahnenübergabe mit Symbolkraft. Ich habe das bei der Übergabe der Fahne schon kurz angesprochen, dass wir sehr, sehr stolz sind, dass wir unter Schirmherrschaft einer Fahne marschieren können, weil wir verbinden mit dieser Fahne Werte. Und diese Werte sind für uns Kameradschaft und sind für uns Friede. Und genau unter diesen Aspekten soll dieses Fest stattfinden, soll dieses Fest seinen Namen finden. Er ist eine große Auszeichnung für unseren Turnau, dass das Bezirksmusikfest heuer 2014 in Turnau stattfinden kann. Wir nehmen die Fahne gerne zu uns nach Turnau. Und der Musikverein hat es ja schon gesagt, Sie werden sich mit Stolz tragen und den Ehren halten bis zum nächsten Jahr. Bürgermeister einer Gemeinde zu sein, die dafür bekannt ist, immer und immer wieder Impulse und Aktionen zu setzen, die bei der Bevölkerung besonderen Anklang finden, ist was Schönes. Wer in einer Gemeinschaft lebt, soll auch am Gemeinwesen teilhaben. Ja, es ist aus dem gemeinschaftlichen Leben in unserer Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Bei den kirchlichen Veranstaltungen, aber auch bei den kulturellen, ist der Musikverein Turnau immer zur Stelle und unterstützt und spielt für uns. Und das ist eine sehr große Wertschätzung vonseiten der Gemeinde. Eine Kapelle wie diese von Turnau genießt auch außerhalb ihrer Region hohes Ansehen. Und immer wieder werden die Musiker zu Großereignissen eingeladen. Der Musikverein Turnau ist von der Bundesmusikparade eingeladen worden, im nächsten Jahr in Hamburg, beziehungsweise Köln und in Münster zu kastieren. Und wir werden um den 20. Februar circa in Hamburg Station haben, dann beim Karneval in Köln und dann noch in Münster. Und das ist für uns, glaube ich, ein Highlight, das wir so schnell nicht vergessen werden. Und wieder war auch bei diesem Treffen der Blasmusik Freude über Freude zu vernehmen. Diesen Beitrag widmete Ihnen Taxi Steiner. Taxi Steiner, das persönliche Taxi, ist für Sie Tag und Nacht erreichbar. Wir führen Chemo- und Strahlentherapiefahrten sowie Kleinbus-Transorte durch. Sie erreichen uns unser Taxi unter der Hufnummer 038 62 51 333 in Turnau und Avlenz unter der Telefonnummer 038 62 51 333 neben Stelle 18. Bei Taxifahrten nicht verzagen, sondern Taxi Steiner fragen.